Bulgarien ist ein wundervolles Land. An dem Rand der EU, aber mitten im Herzen. Und Bulgarien ist ein Land, das wichtig ist für die Stabilität Europas. Aber damit Europa stabil werden kann durch Bulgarien, muss Bulgarien selber stabil sein. Volko Borisov hat über all die Jahre dafür gesorgt, dass Bulgarien einen guten Weg genommen hat. Ich glaube, es wäre wichtig, diese Stabilität herbeizuführen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig für ganz Europa und ich glaube auch für Bulgarien. Deswegen ein langjähriger Freund in der Europäischen Volkspartei, ein wirklich verlässlicher Partner, der für die Interessen Bulgariens nachhaltig geworben hat, der internationale Erfahrung hat und der weiß, wie man etwas durchsetzt in Europa. Ich würde mir sehr wünschen, wenn er eine neue Chance bekommt, denn er ist ein starker Ministerpräsident gewesen und soll es wieder sein.